Musik Und da habe ich auch noch Ideen für dein Leben. Und letztendlich irgendwann probiere ich jetzt mal richtig Christ zu sein. Und so kommt es mir vor. Bei vielen jungen Menschen. Aber auch bei einigen eben, wie gesagt, die schon reife sind. In den Gemeinden, in der Gemeinde Jesu. In der Gemeinde dessen, dass immer gefeiert wird, das Auferstehungsfest. Und dann dieses Fest, dass der Geist Gottes kam. Der die Herzen entfacht hat mit dem Geist Gottes. Und wenn ich so durch die Kreise laufe, dann denke ich, es ist viel auf den Boden schauen. Und das ist für mich die Frage, wisst ihr, was hat dazu? Und das ist für mich die Frage, wisst ihr, was hat dazu? Und das ist für mich die Frage, wisst ihr, was hat dazu? Ich trage dich bei mir und ich fürchte mich nicht. Und das ist für mich die Frage, wisst ihr, was hat dazu? Ich trage dich bei mir. Und das ist für mich die Frage, wisst ihr, was hat dazu? Ich trage dich bei mir. ! Ich trage dich bei mir. Can man jetzt die guided? Williams, schümmpflömmtig. Wie ist es für mich? Vielen Dank.